Jetzt habe ich vor kurzem wieder WhatsApp geschickt bekommen. Sau geil. Oh, ich habe eine Mine gefunden. Wo bist denn du? Ich bin hier in der Mine. So, wie werden jetzt die ganzen Werkzeuge abgegradet? Du nimmst dein Werkzeug, legst es in die Crafting-Table und legst den neuen Kopf oben drüber. Und dann siehst du rechts, dass es eine neue Pickaxe ist, in dem Fall dann Eisen. So, ich habe jetzt hier so eine Pickaxe Mining Level Tin. Genau. Dann hast du noch einen Kopf drauf geschraubt, oder? Ja, den hast du hier unten gefunden. Ja, genau. Dann kannst du jetzt auch Zinn abbauen und alles, was dieselbe Erde hat. Dann weiß ich, wer zu direkt guter ist. Da fehlt aber noch der Stick, ne? Nee, du brauchst nur das Werkzeug reinlegen. In eine normale Crafting-Table. Nee, ich meine nicht abgehört, deswegen Schaufel und Axt, was? Hat jemand so ein bisschen Essen für mich? Du hast doch schon eine Schaufel. Du kannst das mit der Pickaxe, kannst du mit der Axt machen und das kannst du mit der Schaufel machen. Ah, okay. Einfach ins Crafting-Table und fertig. Ich glaube, ich bin zu doof dafür. Wie war das jetzt nochmal? Achso, das ist verkariert. Du bist... Toolstation. Hast du es repariert? Ah, reparieren musstest du vorher. Ah, toll. Ja. Also das muss komplett ganz sein. Genau. Haben wir noch Bachen da? Wenn du Glück hast, ja. Guck mal. Eine Axt habe ich gar nicht. Sehr schön. Habe ich gar nicht, ne? Habe ich gar nicht von so, weißt du? Da ist noch meine Axt. Da ist noch meine Axt. Oh. So. Habe ich gar nicht ausgenommen? Ich mache jetzt auch gleich mal die neuen Schwerter. Hä? Ja. Was ist denn los, du? Fragezeichen? Auch ein bisschen Hunger gehabt. Ah, sehr schön. So. Die geht auf jeden Fall. Ja. Skill Level Clumsy. Mhm. 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 Top. Wir essen. Ja, die wollen ein bisschen essen? Ich kann dir ein bisschen Salz geben. Ja, das schmeckt ein bisschen Pizza. Wenn ihr Zombie-Flash habt, könnt ihr euch daraus dieses Zombie-Jerky basteln. Genau. Äh, ne. Einmal wir nicht. Ach so. Doch. Ein Zombie-Flash und zwei Salz. Ja, ne. Ich meine, wir haben kein Zombie-Flash da. Das wollte ich damit aufbauen. Ach so. Ja. So. Ähm. Ja. Noch was essen. Und nochmal wieder runter gehen, wa? Ja. Ja. Haben wir noch was zu essen? Ne, ne? Äh. Ja, unser Koflen, äh. Aluminium. Bitte was nochmal? Oh, oh, runter. Ich geh runter ohne was zu essen. Haha. Wir haben absolut nichts mehr zu essen nochmal. Ja, ist nichts da. Putze! Hab wir einen Fisch. Erwischt. Wie Fisch? Wo Fisch? Ich musste dich hier unten am Meer abholen, komm. Ah, okay. Dann komm ich mal runter. Gämm mich mal runter. Gämm mich mal runter hier. Gämm mich mal runter hier zu dir. Der bringt mich gleich um hier. Schätzelein. Oh Gott, ey. Oh, Schätzelein. Hahaha. Kriegste lecker Fisch. Oh, lecker Fisch hier. Oh, Schlein. Ja, der Putze könnte hier eigentlich Marktschreier werden, ne? Ja, das wäre ein Schreier. Oh, zwei Fisch, wow. Ich muss aber erst kochen. Jaja, ist mir schon klar. Oh, es gibt Hauer. Nein, nicht hauen. Äh, 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 äh. Ja komm, aber wegen zwei Fisch lauf ich nicht nochmal hoch. Schau dir einfach mal zu, Putze. Was hab ich hier denn jetzt noch? Oh, Lava. Ja, ist es auch. Red Granit und, äh, Lava See. Lava See. Lava See, wie gut. Den werde ich nie wieder in meinem Leben finden. Mach doch keinen Bock. Ne, warum? Ist ja langweilig, das kann ja jeder. Ja. Achso. Okay. Oh. Einfach kann ja jeder. Genau. Oh Gott, vielleicht macht ne halbe Keule, ey. Das ist ja... Mhm. Ist Wahnsinn, gell? Oh, total. Ich bin sowas von satt gerade. Oh, du dir eigentlich als Schaufpack-Fanatiker. Captain Caps Lock is on board und seine Crew spammt schon wieder. Hä? Galena! Die alte Sau. Nein. Die alte Ohre hier. Mach die hier, ey. Zinn. Die Ironore, Alter. Kennen Sie die Ironore? Kann sich nur um Stunden handeln. Äh, ich merk schon. Ich geh schon mal hoch. Äh, du, 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 du. Eka, wartet jetzt hier das nächste Upgrade? Zinn? E, äh... Äh, ich muss jetzt Zinn und Kupfer und Bronze machen. Ja. Zinn. Gut. Und ich bin grad noch dabei, noch... Bin grad noch dabei, ein paar, ähm, Eisenbarren noch durchzujubeln. Dass wir dann die Werkzeuge wieder reparieren können. Schade. Die Grillen, die droppen nix. Nö. Ich hatte vorhin übrigens noch... Ein Grillfleisch. Ja, Fleisch vom Grill. Super. Ich hatte vorhin noch so einen Kupferbusch da irgendwo in ne Kiste gepackt, ne? Ja, der ist noch da. Ja, ist gut. Könnt ihr mal irgendwie anpflanzen oder weiß ich nicht. Ja, ich glaub das muss man irgendwie unterirdisch machen. Also dunkel auf jeden Fall. Abgedummelt. Wunder der Irrisch neben einer Redstone Fackel. Äh, dick dick dick. So neben einer Redstone Fackel. Okay. Wächst da schneller. Ja. Achso. Okay. So. Weil ich hab jetzt nämlich noch einen Eisenbusch gefunden. Da haben wir so zwei Eisenbüsche. Au. Wunder gefallen. Ach hier, äh, Baker. Ja. Nur eine kurze Frage zu den Öfen. Die brauchen ja irgendwie so eine Startkohle, gell? Hab ich mal gesehen. Ähm, das war zwischenzeitlich so. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Und zwar war das der Mod Resonant Induction, den ich momentan rausgeschmissen habe. Ähm, da fungiert der Furnace, der Standard, nämlich sogar als Generator. Ah. Okay. Hat jemand von euch zuflegeweise noch ein bisschen Lava in einem Eimer mitgebracht? Ne, ich hab alle drei dir gegeben. Aber ich kann aber noch mehr besorgen. Was macht denn die olle verdammte Grille hier oder nicht? Weiß nicht, Trivolo hat irgendwie noch Eimer dabei, oder? Ach hier, der Gracie glaubst du's falsch. Ja. Ähm, wenn du mir Eis und Eimer machst, dann kann ich noch mehr holen. Äh, in der Kiste da oben sind Eimer, äh, beziehungsweise Eisen. Okay, dann mach ich mal zwei Eimer. Was ist denn Pitchblende? Wir haben doch auch schon Zinn, oder nicht? Können wir da nicht schon Kapseln machen? Oder geht das noch nicht? Boah, Alter, hab ich mich. Doch, müsste. Müsste gehen, da hat er schon recht. Nur dazu brauch ich erstmal das Zinn. Nein, hier ist das Starkgewicht. Äh, ich hab Kupfer noch ein bisschen. Aluminium, Aluminium. Warte mal, irgendjemand konnte doch... Ne, Bauxit ist doch Zinn, oder nicht? Ich komm mit Zinn. Bauxit ist Bauxit. Ja, ich werd's sagen. Bauxit ist Tin. Gold ist Gold. Äh. Bei Bauxit? Schnaps ist Schnaps. Richtig. Bauxit ist Titan-Aluminium. Ah, okay. Da war ich nicht ganz verkehrt. Oh, hier maniert es gerade. So. Da hat so ein Käferchen. Oh, Butze kommt. Brauchst du was zu essen? Hier ist Zinn. Ja, ich schleiche hier schon hoch. Warte, warte, warte. Hier zwei Fisch. Ja, ich... Wär auch gleich schleichen. Erste zwei Rohr. Danke. Gekochten gegen rohen Fisch, super. 43 Zinn. Sehr schön. Einfach mal oben in die Kiste. Ich muss nur noch ein bisschen auf Lava warten, bis irgendjemand mit Lava kommt. Währenddessen versuche ich mir hier ein bisschen zu skillen. Ähm, soll ich hier jetzt irgendeinen Eiseneimer machen, oder... Ja, mach ruhig. Mach ruhig Eiseneimer. Komm schon. Ja, ich hab... Also Eiseneimer kannst du ruhig machen. Ich hab hier 35 äh... Am Start. Genau. Wir brauchen auf jeden Fall jede Menge Lava, und... Da ist glaube ich ein Eiseneimer eigentlich so verkehrt. Was machen eigentlich die Bärenbüche da? Genau, deswegen habe ich mir schon wieder gehabt, dass ich da ein bisschen mehr Eisen zusammenkratzen werde. Ja, die... Nichts. Nicht viel. Sind die noch nicht gewachsen? Das ist wasserkra... Ich ist schon ein bisschen gewachsen, aber es sind noch keine Bären dran. Ähm, ähm... Habt ihr schon mal gesehen, was man für ein Eimer braucht? Jetzt komm. Für einen Bucket? Eisenplatten. Wahrscheinlich Eisenplatten, Gregg-Tag-Pfeile und so weiter. Exakt! Ist das Absicht? Uh, hier ist ein Gregg-System. Äh, das ist Gregg-Tag-Absicht. Hallo, wo kommen wir denn hier lang? Also, ich leg die... Ich leg die Eisenbahn wieder zurück. Okay. Ey, du, ich bin die Beat. Dann werden wir auch bei den... Oh, sind wir schon wieder da. Einmal noch liegen bleiben. Ah, ja. Was haben wir da jetzt noch drin? Zehn... Ach! Zehn Millibucket Blut. Hm? Schön. Den kenn ich doch auch. Also, ich... Warte, 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 warte. Wo, warte, 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 warte. Wo, warte, 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 warte. Wo, warte, 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 warte. Wo, wo der Zombie ist. Ja, genau. Warte. Kommt eigentlich. Wollen wir den Weg zurückfinden? Ja, genau, darum geht's nämlich. Ja, also, die geht... Folgen die Nahrung aus. Ja, ich folge. Hier geht die Nahrung aus und, äh... Warte, warte. Wie viele hast du noch? Hier. Äh, bevor ihr Frisch der fresset, ähm... Ne, hab mal. Mach der Salat. Ne, sammle die mal ein. Sammle die mal ein, weil ich hab das Inventar voll. Ach, das waren drei Beeren mit ne Schüssel, oder? Ähm... Ja, Schüssel und ein Hackerballchen, glaub ich. Moment, hier. Also, so Schneidebretten mit Hackerballchen. Ah, wir haben ja mittlerweile Eisen. Ja, genau, genau, genau. Dann hier, hier, rechts hoch. Rechts? Ach, da, rechts. Hier, hier, genau. Ah. Da geht's weiter. Ups. Oh, da. Oh, hm. Ah! Das wird so dunkel. Hier, und dann... Das sieht schon mal ganz gut aus. Irgendjemand... Irgendjemand hat die Lautsprecher an, und ich höre mich auf ihn so doppelt. Hä? Also, ich nicht. Ne, mich auch nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Teamspeaker hab ich auf Ohren. Hm. Ja, ich auch. Hm. Kann sein, dass mein Headset mal abspackt, aber... Dafür kann ich nix. War diese Kante da vorne. War die ein Kabellose oder so? Ne. Headset so. Da, da müssen wir hoch. Da. Schraube locker. Ich bin hier runtergefallen. Hast du, äh, Dirt oder so dabei? Ja, und ich bin hier, und ich bin hier irgendwo langgekommen. Hier sind noch Treppen. Oder hast du die gebaut? Verflucht. Ne, ich hab noch gar nicht gebaut. Oh, die sind noch mal neu. Wo ist zwei Fische? Ah, das kann bestimmt, äh, äh, äh... Ich glaub, das... Das war doch schon gerade hier. Ach so, du hast mich gefangen. Weiß ich nicht. Glaub ich ja. Warte mal kurz rein, geh in die Angel, ich hab noch ein bisschen Motivation. Aua! Steckt gleich nicht oben. Also ich seh euch, ich seh euch. Lass mich ruhig, geh weg. Wenn ich oben angekommen bin, kann ich hier wie, wie Braveheart, hier. Ey, wie geil oben sein würde. Ein Glowstone-Schwert, äh, hat er trocken lassen. Oho. Ein Eisenengel. Also ich hab euch eben auf... Hier. Ich hab die Namen gesehen. Einen. Wo bist du? Ich bin über euch. Verdammt. Ja, aber ich brauch am Essen. Ich sterbe gleich. Nein. Also ich sollte mal langsam mein Inventory entleeren, weil ich glaube, ich werde das nicht überleben. Oh mein Gott. Okay, also ihr seid jetzt genau unter mir. Nein. Geh, nein. Nein. Gut, dann eben nicht. Ich seh Licht. Ich seh Licht. Oh mein Gott. Geh nicht hinein. Doch, geh hinein. Äh, Tripp, du bist du draußen? Ja. Dann kommst du aber schon in die nächste Staffel. Oh man. Äh, Becker, hast du deine Sachen rausgehoben, oder was? Ich hab alles reingeschmissen in die Kisten, was ich so noch so rum hatte. Zack, 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 zack. Ich schmeiß einfach mal hier rein. Keine Ahnung. Das Seaweed. Kann man das nicht essen? Äh, was? Das Seegas. Ja, kannst du. Ja, kannst du. Ich geh mal ein bisschen Seegas fahren. Seaweed? Ja, aber schwimmen ist beschissen. Ja. Ja. Okay. Komm mal. Hast du das mal reparieren? Ach du, der ist ja ja. Volkabäck. Was hast du? Hä? Hupferbusch, Eisenbusch und Zinnbusch hab ich mitgebracht. Neue. Neue. Eisbusch. Dann geh ich schon mal. Ich geh wieder hoch. Keine Ahnung. Schönen mehr. Alter, der Kasten ist ja schon voll, ey. Ich hab keine. Ach, guck mal hier ins Gelände. Ich hab neun verstanden. Wir sollten anfangen, äh, hier richtig Häuser und so weiter mal hinzusetzen. Ins expliziten Lagerhaus oder so. Ja. Vielleicht sollten wir ne kleine Aufnahme, Pause machen und das mal kurz haben. Gute Idee. Und das mal kurz ein bisschen besprechen. Gute Idee. Ja, ja. Okay. Essen sollten wir vielleicht. Genau. Was haben wir noch? Keine Sorge, ich habe noch wunderbar einen Fisch gefangen. Ein Fisch. Alles klar. Also, dann machen wir hier an der Stelle mal ein kleines Päuschen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss. 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 Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.